So, wieder da. Na, hab grad kurz geleckt. Die Kisten ist glaub ich auch nur noch scheiße, die wir nicht brauchen, hab ich das Gefühl, oder? Irgendwie... Auch nett, dann leckts wieder. Mhm, warum? Weil du einfach die ganze Zeit stehen geblieben bist. Ja toll, hier ist wieder Wasser hier. Und jetzt? Du, das ist eine doofe Aktion wieder hier von uns, das ist unglaublich, wir machen nur unnötige Aktion, ey, ich hab's... Alter... Warte mal, ich mach kurz. Was? Warte kurz. Du hast Störungen im Kopf. Was ist? Was machst du? Nix. Nix. Oh! Was machst du da, Tenna? Tenna, was machst du da? Nix. Irgendwie nix. Wand runter. Oh ne, jetzt ist er wieder ne Kacke. Nein, Wand runter... ...gleiden. Warum? Achso. Junge, was machst du? Was machst du? Hast du Störungen mit deinem Kopf? Alter... Alter... ... 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